Barbara Meyer kann sich nach ihrem Kaiserschnitt endlich über eine natürliche Geburt freuen. Die frühere Germany's Next Topmodel-Gewinnerin ist heute zweifache Mama. Mit ihrem Mann Clemens Hallmann bekommt die Beauty 2020 ihre Tochter Marie-Therese. Damals ist bei der Geburt ein Eingriff nötig, damit Mutter und Kind sie gut überstehen. Umso mehr freut sich Barbara, dass sie Baby Nummer zwei vor ein paar Monaten wie gewünscht entbinden kann. Dieses Mal war es eine natürliche Geburt. Ich hatte zum Glück eine wirklich tolle Hebamme, schwärmt die 36-Jährige. Nach dieser Erfahrung ist Barbara nun auch viel gnädiger mit sich und ihrem After-Baby-Body. Und das, obwohl der Druck auf Mütter und besonders Models sehr hoch ist. Als ich gesehen habe, was mein Körper leistet, wofür er auch gemacht ist, was er alles kann, ist dieser ganze Perfektionsdruck von mir abgefallen. Barbara ist stolz auf sich und ihren Body. Das kann sie bei diesem kleinen Wunder auch sein.